Da muss natürlich alles sauber sein. Und als ob das nicht alles schon anstrengend genug wäre, kommt am Ende das Schlimmste. Die Luftmatratze. Okay, das war nichts. Tim muss sich erstmal hinsetzen. Irgendwie ist ihm schon recht und alles dreht sich. Tim bleibt die Luft weg. Zumindest fühlt es sich für ihn so an. Naja, ohne der Luftmatratze geht es auch nicht besser.